Wir haben einen Landwirtschaftsbetrieb mit rund 3000 Hektaren. Wir haben Tannenbäume, Kartoffeln und Industriekartoffeln. Darüber hinaus ernten wir auch Getreide, Raps und so weiter. Wir wohnen im hohen Norden von Dänemark und die Strohe haben nicht immer Zeit genug zu reifen. Wir haben eine kurze Saison hier. Normalerweise fangen wir in der ersten Woche vom August mit der Ernte an. Dies gibt uns nasse Ernte. Eine Ernte, die viele Prozent getrocknet werden muss. Aber das schafft unser Trockner schnell und einfach. Wir erleben nie vier bis fünf Wochen trockenes Wetter nacheinander. Deswegen ist unser Trockner so wichtig für unseren ganzen Betrieb. Hier ist ein Denkorn-Durchlauftrockner mit einer maximalen Leistung von 80 Tonnen pro Stunde und dies reicht aus. Mit unserer Betriebsgröße haben wir großen Wert darauf gelegt. Mit einer Firma zusammenzuarbeiten, die viele Jahre Erfahrung hat und ein großes Wissen innerhalb der Betreidehandhabung hat. Dabei war Denkorn die richtige Wahl. Weil unsere Erntesaison so kurz ist, ist es außerordentlich wichtig, dass die Anlage während der Ernte einfach problemlos läuft. Die Anlage hat dieses Jahr einwandfrei funktioniert. Die ersten paar Jahre hatten wir kleine Programmierungsprobleme, aber dieses Geburtsproblem haben wir schnell gelöst. Wir haben insgesamt 900.000 Euro investiert. Die Anlage ist eine ganz wichtige Einheit in unserem Betrieb. Ohne Qualitätsware geht's einfach nicht. Wir hatten eine sehr alte Anlage und hatten einige Sonderforderungen, weil das alte Silo auch in der neuen Anlage mit zwei neuen Silo eingepasst werden sollte. Wir konnten nicht einfach mit den Fingern schnippen. Wir haben viel Zeit mit der Einplanung verwendet, genau wie Denkorn. Wir produzieren viele verschiedene Ernten, wie zum Beispiel Brotroggen und Brotweizen, Industrieweizen und Butterweizen. Wir haben jetzt eine sehr gute Anlage zusammengestellt. Wir bekommen gute Waren. Die Qualität der getrockneten Erntesorten ist super. Wir machen eine sehr gute Anlage gewelt. Wir machen unsere readings dyke Waren.